es wäre echt toll wenn hier mein netzgerät wieder freigegeben werden würde weil daran hängt jetzt schon seit 72 stunden mindestens der kollege hier ist allein mit ein bisschen epsom salz vermischt und dann die platten von den riesengroßen batterien hier normalerweise 24 amperestunden steht drauf und ja die habe ich unterteilt in zwei solche pecken hier ist eins hier drüben das andere und hier habe ich die platten richtig schön frei gekratzt ja und nimmt immer noch über 800 milliampere auf das teil ja wird mir erst ein bisschen zu bunt jetzt testen wir es mal ein bisschen das hier müsste eigentlich reichen und das machen wir als erstes und danach wollen wir mal gucken wieder innenwiderstand ist da durch mich mal nach der anleitung von 08 15 met wurst halten mal schauen was da bei unserer batterie rauskommt dass wir wenigstens so ein paar anheizpunkte haben mehr für die zahlen freaks also rein theoretisch dürften wir dann wenn wir so um die 800 milliampere sieben der jetzt 72 stunden dran hängt müssten jetzt schon theoretisch 57 amperestunden drin sein gut bei 2 volt ungefähr ja bleibt wirklich ungefähr bei 2 volt hoffe ich jedenfalls mal mal schauen wohin die voltzahl runter sagt wenn wir hier abschalten immer noch schön über 2 volt ne schalten nochmal ein das wird geladen mit zweieinhalb wird 2,5 volt wird geladen ja so bei 2 volt ungefähr ist es 2,1 2,2 volt es pendelt sich langsam ein und so schaut er im licht aus er hat keinen muxer gemacht während er geladen hat normalerweise hört man da immer irgend so ein blubbern oder irgendwelche knister geräusche aber hier ist ein bisschen wärmer als die umgebung also noch nicht noch nicht hand warm aber man merkt wärmer als sonst und ich glaube dass auch jawohl er dehnt sich ein bisschen auseinander also so kommt mir das jetzt jedenfalls vor weil hier kommt jetzt schon das kristall durch ich glaube der sieht ein bisschen fetter aus als vorher aber nur marginal so mal noch so 10 minuten warten ungefähr noch mal 10 minuten für die stunde und dann gucken wir mal wohin sie es eingependelt hat dann starten wir jetzt haben wir lange wird noch gewartet das ist jetzt die stabile voltzahl mal gucken was er für einen kurzschluss strom hat hoch hoch krass sind geblitzt oder jawohl krass echt heftig unterholt sich gleich wieder ordentlich na gut die einteilung hier habt ihr auf 30 ampere war gestellt das waren doch bestimmt zu 10 15 ampere nicht schlecht so der heute ist langsam wieder ist schon bei 2,169 volt gerade eben habe ich die werte hier hingeschrieben rechnen wir halt mal mit 2,168 volt ist ja wurscht ne so unser lastwiderstand 47 1,5 ohm da habe ich durchgemessen hier steht zwar 47 ohm drauf aber der metwurst hat ja gesagt soll immer so halbwegs genau machen so jetzt müssen wir den noch unter last messen also die klemmspannung messen werden wir hier unseren 47 ohm widerstand dran haben mal schauen was er macht aha okay dann rechnen wir mit 2,162 ok naja ob das jetzt so aussagekräftig ist 0,13 ohm hat dann die als innenwiderstand ja so viel zu den zahlen und den akkus ok dann rechnen wir mit 2,162 ok